Noah macht uns stärker, Meister. Er hat mich beschworen. Er hat mich beschworen. Ich fehle sie bereits. Und ja, das Ding ist auch... Mäh. Geht's los? Was ist? So, unsere... Unser Dunkle-Haven-Titan kommt angelatscht. Gut, wir haben noch zwei hier. Da kommt endlich die Trolle, um was zu bauen. Bitte fertig! So. So, dann können sie wieder einen Abflug machen. So, unser letzter Troll. Also letzter Champion. Dann warten wir, bis alles angekommen und alles ausgebildet ist. Schon gut. So, dann habe ich echt Nahkampf-Power. Und dieses Ding hier. Nicht erstatt. Ja. Das ist noch unheimlicher, so gesehen, als der Baum hörte. Geht's los? Was? Wie? Also der... Titan von den Elfen. Ja, vorwärts. Geht's los? Auf mein Kommando. Vorwärts. So. Hm? Sind wir da Höhlen? Bereit? Mir nach! Wo was rausspawnen könnte? Oder es kommt uns einfach was entgegengelauschen? Zur Ehre Aronius. Kämpft! Tod und Verzweiflung treiben euch. Die sollen weggehen! Auf meinem Befehl. Vorwärts. Tod und Verzweiflung treiben euch. Achtung! Euer Blut wird in Bord. Zurück mit euch. Ja. Bringen wir es zu Ende. Tod und Verzweiflung treiben euch. Mir nach. Ich wundere es echt, dass da gerade nichts rauskommt. Geht's mir raus? Verstanden. Und ja, hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, sofort. Weil hier gibt es mindestens einen, wenn nicht sogar mehrere schwarze Türme. Schön gemacht, Urias. Bin stolz auf dich. Oh! Oh! Das war's für heute. 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 Jetzt sehe ich ruhen. Das war's für heute. 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 wieder. Haben sogar Stufe 39 erreicht. Habe ich eine große Klingenwaffe, die ich so benutzen könnte? Kleine Klingenwaffen, kleine Klingenwaffen. Ach, wie dumm wäre so das nächste. Was ist mit Rüstungssachen? Ja, Schild könnte ich auf der nächsten Stufe ein besseres benutzen. So einigermaßen besser. Rüstungsmäßig. Leichte Kriegskunst, leichte Kriegskunst. Ja, machen wir erst mal Rüstung, würde ich sagen. Und ich habe eine Fähigkeit erhalten. Nebensammeln. Kämpfer sammeln, dem von verbündeten Einheiten. Ja, sehr, sehr schick. So, jetzt könntest du den hier tragen. Oh, sieht nice aus. Können wir auch einen besseren Helm jetzt tragen? Äh, nicht wirklich. ganz gut. und wir tun das hier. Ihr trehmt, wir tun das hier, Und wir tun das hier,